...tötet. Und die Sidequest erledigt, das heißt, um mich drum herum liegen gerade ganz viele Items, die hoffentlich nicht verschwinden. So, also bei der Quest hier ist wichtig, man sollte das Ganze langsam angehen. Denn wenn man hier einfach zu schnell macht, dann hat man auf einmal richtig viel Scheiße am Hintern kleben. Weil hier überall Sachen auftauchen, nämlich Chaoskeiler und einiges in die Richtung mehr. Und zur Zeit, ah da, so, das meine ich. Es kann dann einfach mal sechsmal oder siebenmal passieren, wenn man Pech hat. Und ich habe meinen Luftangriff wieder. Okay, so, hier ist eine gute Deckung. Hm, nur der mit der hohen Fernkampfradius kann schießen, also weiter vor. Ist gar nichts los. Doch, versucht euch irgendwas, wo ihr verstecken könnt. Im Übrigen, alle diese Waffen, die hier benutzt werden, also auch dieses komische Giftgewehr, sind im Spiel benutzbar. Seht ihr auch vielleicht auch mal ein bisschen was anderes. Und interessante Musik. Die schon wieder leiser wird. Derweil, führe den Trupp zum Sieg. Ja, wo soll ich sie sonst hinführen? Nach Takatokaland. Auf ins Takatokaland. Ah, Heilung. Für den Ein... Wah, nein! Ah, Explosion! Vieh! Shit! Das war... Gemein! Deckung und... Ach du meine Güte. Da ist noch so ein Vieh. Boom. Äh, ja. Das war so nicht geplant. Ihr habt's gesehen, ja. Da sind zwei von den Selbstmordviechern in die ganze Gruppe reingerannt. Na gut. Der Quest ist nicht verloren. Wir dürfen netterweise nochmal mit den gleichen Leuten. Und ich klicke mal ein bisschen vor, damit ich jetzt nicht so viel Zeit verliere. Okay. Dürften gleich wieder da sein, wo wir vorher waren. Also man kann das hier nicht direkt verlieren. Man kann nur zurückgeworfen werden. So. Hier. Hier, da hinten rennen sie wieder rum. Da haue ich einfach mal einen Luftangriff rein. Oh, und da sind... Ist der erste. Zwei, drei. Und Nummer vier ist auch da. Gut. Ich gebe den Nummer und es ist leichter. Ist hier was? Nein. Los, lockt einen an. Na dann halt, Luftangriff. Na gut. Hauptsache, man hält die Explosionsviecher von der Truppe fern. Oder hat er noch, zumindest noch eine Heilung übrig. Die hatte ich ja auch schon verbraten dann. Nachdem der Aster reingekommen ist. Und sofort... Ach ja, übrigens, hier legt noch einer meiner Member rum. Okay, stehen bleiben. Ach du meine Güte, noch mehr. Wow, wow. Stopp. Na. Hier, dir. Ach du, das war's doch. Das war's doch wieder. Ja. Huh. Husa. Ha. Gut, drei sind gleichzeitig gestorben. Was? Warum sind das so viele auf einmal? Hatte ich gar nicht so schwer in Erinnerung. Okay. Hoch. Schneider hoch. Ach ja. Warum hat der einen... Warum haben wir zwei 700 und zwei 400? Sind das Hüter? Ne. Die Nummer 32 sehen gleich aus auf dem Bild. So. Ich jag jetzt erstmal hier. Oh, da ist ein großer. Noch eine Explosion rein. Und lass sie hier in Deckung gehen. Hm. Dann kommen die anderen nicht nach. Oh, was ist das für ein großer. Ist das der Boss schon? Ist das schon der Boss? Jagen wir sie mal in die Luft. So, da kommen die ersten. Und wieder. Deckung. Äh. Ist gerade keine Deckung da, aber dann... Bremsen sie nicht wie blöd in die Gegner rein. Ne. Bezebub. Ach du Heilige. Wie soll man denn das machen? Ist ja logisch. Dass das nicht klappt. Das sind einfach zu viele. Und ein Explosionsvieh und schon alles. Offen. Ach. Könnten drei überleben, wenn ich Glück habe. Ah ne, da hinten kommen wir wieder. Explosionsviecher. Das wird... Nix. Heilung. Und... Bombe. Und das war's wieder. Ey, Trupp Nummer 4. Gut, dass es hier keine Wertung gibt. Ich würde... Ganz schön als Loser dastehen. Ach du meine Güte. Aber ihr seht's, da sind eine Menge Viecher. Und die gehen nicht gerade... Taktisch vor. Ich muss wahrscheinlich... Direkt immer die Explosionsviecher angreifen. Oh, wie viel hier schon rumliegt. So. Hier der Bezebub. Jetzt dürften sie ja ordentlich schon Schaden gefressen haben. Und die Explosionsviecher sind weg. Wenn nicht dauernd neue kommen. Was ich nicht glaube. Deswegen war vorhin auch so wenig los. Die sind alle hier gespawnt. So. Noch sind keine Explosionsviecher dabei. Auch da hinten. Hier. Die hier. Chaoskeiler Fehler. Die Viecher müssen... Unbedingt... Kaputt gemacht werden. Okay. Okay. Irgendwie hab ich... Déjà-vu. Wow. Brennt. Der eine... Der ist gleich... Kaputt. Nein. Oh, Heilung. Oh, es hilft ihm. Bringt sie um. Hilft ihm doch. Sei auf, Freund. Und da kommen wieder... Boom. Und Heilung. Oh. Das war knapp. Ich hab noch alle vier. Noch hab ich alle vier. Und gleich nicht mehr. Boom. Der. 43. Fünf, weil ich eins. Ach, du Heilige. Und Heilung. Oh, wie viele? Vor allen Dingen von denen. Von den Chaoskeiler-Fehlern. Ich meine, zwei rennen in meine Gruppe und die Gruppe ist kaputt. Boah. Nochmal. Das müsste irgendwann mal zu schaffen sein. Ich hätte mehr als vier Leute bestellen sollen. Hm. Ah, die hier sind erfahren. Hm.